Ein Ex-Agency-Mitarbeiter, Rico Rodriguez, seit unserem Rückzug aus Medici war sein Aufenthaltsort unbekannt. Ist verantwortlich für die Absetzung mehrerer Staatschefs. Die schwarze Hand hatte schon mit ihm zu tun in San Esperito. Dort hat er unseren Arbeitgeber ermordet Präsident Salvador Mendoza. Außerdem sorgte er auch in Medici für den Sturz von Sebastiano Di Ravello. Obwohl die Agency auch involviert war, das ist sein Kontakt, Tom Sheldon. Wissen wir, dass Rodriguez persönliche Gründe hatte, Medici zu befreien. Sie haben mir schon mal von dem Mann erzählt, Kommandant Morales. Wir bereiten einen Test vor. Können wir zur Sache kommen? Natürlich, Signor Espinosa. Laut unseren Daten ist er der Sohn von Miguel Rodriguez. Meinem Miguel Rodriguez? Und? Und er ist hier, in Solis. Jetzt. Also, das ist die Superwaffe meines Vaters. Projekt Iapa. Er war ein guter Mensch. Ein Wissenschaftler. Kaum zu glauben, dass er dieses Ding gebaut hat. Mein Onkel war auch ein guter Mensch. Und beide sind jetzt tot. Viele offene Fragen, hm? Zeit für ein paar Antworten. Du schaffst das nicht alleine. Ich habe Leute, die uns helfen. Mira, ich habe sowas schon mal gemacht. Das hier ist anders. Ich komme klar mit schlechtem Wetter. Das ist mehr als schlechtes Wetter, Rico. Hör doch bitte auf mich. Mira, ein Plan ist eine Liste von Dingen, die schiefgehen können. Meine Listen sind meistens kurz. Halt dich bereit. Wenn ich dich mit der Konsole verbinde, musst du Espinosa schnell finden. Er beantwortet meine Fragen. Wir zerstören Projekt Iapa. Hab gemacht. Hm? Na gut. Dann viel Glück. Oskar Espinosa redet dann hoffentlich. Kommunikationscheck. Hey Leute. Servus. Willkommen zu meinem Video. Wir spielen jetzt Just Cause 4. Das ist jetzt für mich draußen, weil ich die besondere Edition habe. Ich muss mal kurz gucken, wie man das jetzt hier am besten macht. Okay, man kann sozusagen so und so und. Ah, okay. Nice. Und mal so. So. Ah, okay. Yo. WTF. Okay, das ist geil. So, das ist jetzt mein erster Rund jetzt hier. Just Cause. Ist du denn die auch eigentlich? Ich hoffe doch. Scheint nicht. Die Straße ist durch eine Mauer abgetrennt. Kommst du da rüber? Ja. Ja. Einhaken. Achso. Warte mal. Funktioniert das? Nee. Das funktioniert nicht. Wie kommen wir denn? Wie kommen wir denn? Warte mal. Ah, okay. Ah, okay. Verstehe. Okay. Wohin jetzt? Halt auf die Lichter auf der anderen Seite des Tals zu. Runterspringen. Das ist ein verdammt großer Turm. Okay. Espinosa hat versprochen, dass er die Welt verändern wird. Keine Tornados und Hurricanes mehr. Und die meisten Menschen in Solis glauben ihm. Projekt Iapa wird ab heute kein Problem mehr sein, Mira. Falls dein Plan funktioniert. Er wird funktionieren. Geschafft. Also wir werden jetzt zusammen die Story durchspielen. Gut. Folge den Rohren. Dann lernst du die schwarze Hand kennen. Bin grad ein bisschen geflasht von dem geilen Spiel. Ich kenne die schon. Bin auf dem Weg nach oben. So was muss ich jetzt machen? Folge den B-Punkt bis zum Außenposten. Okay. So dann gehen wir da hoch. Dann gehen wir da hoch. Da haben wir jemanden. Da haben wir jemanden. Ah, okay. Warte mal. Hm. Du warst in Medici, oder? Nein, ich war damals auf dem Balkan. Ich dachte, du hättest gesagt, du warst in Medici. Warst du auf dem Stachelrochen? War ich nicht. Und wenn ich es gewesen wäre, dürfte ich nicht darüber reden, oder? Du kommst da hin. Nein, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich habe damals Just Cause 3 gespielt. Hatte aber einige Probleme gehabt, was Speicher und so weiter betrifft. Also es hat meistens nicht abgespeichert. Achso, okay. Die Steuerung ist ein bisschen anders. Das ist mir gerade aufgefallen. Hier bin ich. Hier bin ich. Mein lieber. Was ist das denn eigentlich hier? Oh. 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 Gut zu wissen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Ich muss mich echt mit der Steuerung auseinandersetzen. Ich finde dich schon, darauf kannst du gibt es nicht. Die Steuerung ist echt anders. sorry wenn ich das mit der steuerung noch nicht so ganz auf die reihe kriege aber ich hoffe das verzeiht ihr mir die waren nicht sehr angetan davon dass ich mich umgeschaut habe die schwarze hand ist eine gruppe von bestens ausgebildeten söldnern die von espinosa kontrolliert wird seine eigene privatarmee und noch dazu eine ziemlich gute ich will die ganze zeit sprinten aber da sucht man ran komischerweise das finde ich echt gewöhnungsbedürftig muss ich sagen ich sehe die vorsprünge dann bist du richtig kommst du irgendwie rüber ich will gar nicht rüber ich will das ding irgendwie abfeuern ist es möglich ja eigentlich schon doch warte mal ich guck mal ob das funktioniert das sieht dann langsam aber sicherlich wo ist los ich dachte eigentlich das ding explodiert kein problem was denn das hier das müssen wir nach oben das habe ich vermisst das mache ich Spaß können wir uns wieder da hoch seilen gut so läuft wenn ich jetzt noch nicht so viel rede aber ich möchte mich erst mal mit dem spiel vertraut machen ich bin bei projekte japa weiter im gebäude ist eine konsole ich weiß nicht so genau ich finde schon einen weg so macht das spaß muss ich wieder rein irgendwie warte mal ja so daran na gut das war jetzt nicht so geplant können wir noch machen Waffe abfeuern halten oder drücken ziel aufschalten ah so kann man leute markieren okay verstehe das macht ja schon mal ganz viel sinn jetzt gerade hm 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 Grenaten abfeuern. Oh, nice. Die kommen her, die Kugeln. Na, super. Das bringt irgendwie nicht viel, aber ich habe immer ganz Munition, Moment. Das funktioniert nicht so ganz gut. Ich bin noch nicht ganz drin in dem Spiel. Oh, verdammt. Wo kann ich denn eigentlich rennen? Oder ist das das Schnellste, was ich kann? Warte mal, ich kann mir bestimmt auch fahren, oder? Ja, doch können wir. Ja, ich habe es gezeigt. Die Steuerung ist gewünsbedürftig mit dem Auto. So wie soll gesagt sein. Oh, das wollte ich jetzt einfach nicht. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? So, was haben wir noch als andere Waffe? Wir haben keine andere Waffe. Okay, dann nehmen wir die mit. Okay. Was ist denn das für eins? Hier nehmen wir den nach da, den nach da und den nach da. Okay, das funktioniert irgendwie nicht anscheinend. Was? Was war das? Gut, dann gehen wir jetzt nach oben. Die muss man doch auch irgendwie zerstören können, oder nicht? Ich könnte über die Entlüftung da hochkommen. Entlüftung? Achso, hier. Ah, okay, nice. Achtung, Achtung. CDU ist bloß. Bitte alle Mitarbeiter sich nach Brennen zugegeben. Finde diese Konsole. Du solltest besser nicht da draußen sein, wenn der Test losgeht. Warum nicht? Fast fertig. Kommt schon. Echt stark. Abluft. Dann müssen wir jetzt nach da oben. Warte mal, hä? Achso, ich kann Ziele anvisieren und die werden automatisch ausgestaltet. Das war jetzt nicht geplant. Das war jetzt gerade nicht geplant. Ich habe mit verschiedenen Waffen verschiedene Möglichkeiten anscheinend. Die Waffe mag ich nicht so, muss ich sagen. Fangen auf, wenn die einen Granatwäffer hat. Oh, verdammt. Schroff, warte. Wie lebt man denn nach, überhaupt? War so die Frage. Ähm, ähm, okay. Okay. Gut. Chaos machen wir später. Gehen wir erstmal darüber. Da oben hat auch noch einer, oder nicht? Ja. Mein Aim ist das nicht das Beste? Was ist das hier? Eine Kiste voller Waffen? Ja. Die schwarze Hand zieht nie unvorbereitet in den Kampf. Panzerfaust gefällt mir gut. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ah, da hin. Okay, Mira, ich habe die Konsole gefunden. Gib mir eine Verbindung und ich finde Espinosa für dich. Gut, dann hacken wir jetzt. Du bist drin, Mira. Okay, bleib in der Nähe der Konsole, sonst verliere ich meine Verbindung. Oh, scheiße. Halte sie einfach etwas auf. Ich finde ihn so schnell wie möglich. An alle Leitheiten, töte den Einräglichen. Sie versuchen es doch schon, meine Liebe. Sie versuchen es doch schon, meine Liebe. Wo sind die alle überhaupt? Achso, da. Wir sind eine Menge von der schwarzen Hand. Oh, ich habe keine Munition. Ich bin durch das Sicherheitssystem. Halt noch ein paar Sekunden durch, dann kannst du los, Rico. Ich suche bei Ihnen. Ich habe keine Munition. Klar, lass dir ruhig Zeit. Ich habe gar nicht aufgefunden, dass ich keine Munition mehr hatte. Vector! Wir kommen mit Schild oder was? Ich brauche Muni, ganz dringend. Da, ich habe ihn. Sein Büro ist fast ganz oben im Turm. Dieser ganze Aufwand. Und dann ist er ganz oben. Was ist jetzt passiert? Dass er noch lebt, ist unwahrscheinlich. Er ist kein gewöhnlicher Mann, Senior Espinosa. Ja. Wir sollten lieber sicher gehen. Ja, Senior Espinosa. Mal sehen, was Projekt Iyapa bewirken kann. Senior. Es dauert einen Moment, bis der Kern die volle Leistung erreicht. Könnten Sie ihn bis dahin etwas beschäftigen? Hier ist Kommandant Morales. Wir haben hier eine Bedrohung. Aktiviert Iyapas Abwehr. Setzt alle Geschütztürme ein. Die Frau, mit der Rico am Flughafen war. War das etwa ... Ja. Dann kümmere dich drum. Mit Vergnügen. Jetzt im Kino. Jetzt im Kino. Rico. Rico, hier ist Mira. Bitte antworte. Rico holt Atem. Mira? Kommen, Rico. Bitte antworte. Mira. Rico. Du meine Güte, du lebst. Ich hatte kein GPS. Ja. Mein Enterhaken ist kaputt. Und mein Wingsuit. Fallschirm. Und ein paar Rippen. Und ein paar Rippen. Ich muss das reparieren. Ich hab Werkzeug in El Abismo. Wo genau bist du? Im Wald. Keine Ahnung. Ich schicke dir meine Koordinaten. Hoffentlich klappt's. Okay. Wir sehen uns dann. Scheiße. So Leute, ich würd sagen, wir machen hier erstmal einen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ohne meinen Enterhaken fühle ich mich, als würde mir ein Arm oder Bein fehlen. Ja. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Und ähm, also morgen. Und haut rein Leute. Ich hoffe, euch hat ein paar gefallen. Über ein Abo und ein Like würde mich noch freuen. Wir sehen uns. Ciao, ciao.